Herzlich willkommen, egal wo ihr das gerade guckt, entweder noch in der Halle oder vor der Halle oder in den VIP-Räumen oder ganz entspannt lässig irgendwann an einem der nächsten Tage im Internet bei YouTube. Das ist die Pressekonferenz nach dem Handball-Bundesligaspiel SC Magdeburg gegen Frischauf-Göppingen. Halbzeitstand 16 zu 11, Endstand 31 zu 24, nahezu 6600 Zuschauer haben dieses Match gesehen. Auf Seiten unserer Gäste, bester Torschütze Marcel Schiller mit 5 Treffern und auf Seiten der Magdeburger Oma Ingi Magnusson mit 7 Treffern. Wir haben beide Trainer hier, natürlich Bennett Wiegert für den SC Magdeburg und Ben Matschke für Göppingen. Der sitzt hier, hat sich über unser neues Setup sehr gefreut. Dein Statement zum Spiel? Glückwunsch an Benno, an den SCM zum absolut verdienten Sieg. Ich glaube, zu Beginn konnten wir es noch ein bisschen eng halten, aber man muss schon sagen, dass Magdeburg dann unfassbar gut verteidigt hat. Auf allen Positionen sehr variabel war, uns zu wirklich schwierigen Würfen gezwungen hat und dadurch dann auch peu a peu davongezogen ist. Ein bisschen ärgere ich mich über Beginn der zweiten Halbzeit, wo der SCM ein bisschen zwei, drei Angriffe liegen lässt, wo ich gerne noch ein bisschen enger oder verkürzt hätte. Aber ja, wenn wir dann eine freie Chance hatten, war Hernanes im Tor richtig gut. Aber letztendlich muss man einfach konstatieren, dass der SCM sehr stark verteidigt hat und über 20 Fehlwürfe dann von uns sind einfach zu viel. Die 7-6 wollte ich dann bewusst nochmal testen, auch auf die Wochen, die jetzt vor uns stehen. Ich glaube, im 7-6 haben wir es geschafft, wirklich bessere Chancen zu kreieren, herauszuspielen. Aber auch da war dann ein super Torwart da, mitunter. Deshalb, ich wünsche euch wirklich für dieses Hammerprogramm Donnerstag, Samstag, Samstag glaube ich, das Beste. Und bleibt gesund und die, die angeschlagen sind, dass die schnellstmöglich zurückkommen. Benno, ich glaube, du weißt, die letzten Jahre habe ich dir viel Glückwünsche SMS geschickt, während der Saison, zum Ende der Saison. Ich habe nichts dagegen, das weiterhin zu tun. Zieht es durch und das ist ein toller Weg, den ihr geht und nur das Beste für euch. Danke euch. Ich möchte mal fast sagen, klassischer Ben Matschke, so sympathisch, dass man ihn einpacken und mit nach Hause nehmen möchte. Benno, was entgegnest du und was ergänzt du dann vielleicht auch zu dieser Einschätzung? Guten Abend erstmal. Es ist schwierig, natürlich die richtigen Worte zu nennen. Ich weiß, dass Ben auch anders sein kann. Aber das müssen wir jetzt reden. Aber ich genieße das natürlich, das von Ihnen zu hören, weil ich natürlich weiß auch, welch Handballfachmann er ist. Und man spürt jetzt schon, dass Feuer nach so einem Sabbat-Auszeit jetzt wieder Bock zu haben. Vielen neuen Spielern mit einem schwierigen Auftaktprogramm. Ich weiß aber, dass das Umfeld in Göppingen das gut macht und der starke Partner hinter sich hat, die da die Ruhe behalten, das gut einzuschätzen wissen. Und dann sicherlich auf Leistung aufbauen können. Auch in der Analyse war alles richtig. Ich finde, wir starten gut mit 2-0 ins Spiel. Dann kommt das schnelle 2-2. Aber wir setzen uns nach und nach mit sehr viel Geduld und Ruhe ab und gehen mit einem guten Ergebnis für uns. 16-11 in die Halbzeitpause. Ja, und dann wollen wir eigentlich in der zweiten Halbzeit besser starten. Wir wollen besser starten, um so den kompletten Glauben zu nehmen, dass vielleicht Göppingen denkt, sie kommen noch mal was für ihren Fragen und können was mitnehmen. Das gelingt uns leider nicht ganz. Sie holen schnell zwei Tore auf, aber wir kriegen auch schnell die 5 aus der Halbzeitführer dazwischen und sind dann ungefähr. Und dann ist es so, dass man analysieren muss, dass Göppingen am Leben hält oder das gute Ergebnis der siebte Feldspieler ist, weil sie sich über den siebten Feldspieler eine bessere Angriffseffektivität erarbeiten. Obwohl Sergi immer noch gut hält, aber dann sage ich, das haben sie sich verdient, dass wir dann nicht 10 Tore zwischen uns bringen, sondern dass es bloß sieben sind. Trotzdem, das was Ben gesagt hat und was ich nehme, ist überragende Abwehr SC Magdeburg plus Torhüter. Und dazu kommt dann, wenn man solch Abwehr spielt, hat man auch ein Tempospiel. Ich glaube, wir haben 14 Tempospieltore, 15 Tempospieltore. Ja, und das hilft natürlich einfache Tore zu erzielen. Und dann glaube ich, dann können wir im Angriff auch besser spielen als heute. Aber wir kriegen es über die Runden, auch souverän über die Runden, weil wir gut verteidigen, sehr gut verteidigen, sehr kompakt verteidigen. Tolle Torhüterleistung, plus Tempospiel, habe ich mich wiederholt. Und freue mich jetzt auf die nächsten Spiele. Und das ist ja das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen schnelle Regenerationszeiten, schnellere als normal. Viel Schlaf, viel Power und dann auch vielleicht am Donnerstag gleiche Kulisse plus mehr, plus X, um über uns hinaus wachsen zu können gegen Kielze. Das heißt, du bist rundum zufrieden? Ja, ich bin rundum zufrieden und kann ganz gut einschlafen heute. Okay, kann ich ihm das glauben, Ben? Schwer wahrscheinlich, aber ich glaube, sein Fokus lag schon in der Analyse. Hey, lasst uns eine richtig gute Abwehr stellen, eine bewegliche. Und ja, auch wie sie uns dann in Räume zwingen, die uns wehtun. Und natürlich auf den kurzfristigen Ausfall dann von Josip Saraz, der vielleicht nochmal dieses andere Momentum uns hätte geben können, waren wir dann zu eingefahren in die Struktur. Und deshalb ist da der Plan voll aufgegangen. Gut, ich kann euch sagen, es ist ganz schön warm zwischen den beiden Handballfachleuten hier. Das ist so ein leises Knistern, das man hoffentlich auch so ein bisschen spürt, wenn man hier einfach zuguckt. Die Frage an die Journalistinnen, die vielleicht da sind, ob noch Fragen hier im Raum sind. Alle schütteln den Kopf. Dann kann ich an dieser Stelle nur noch viel Glück wünschen. Ihr spielt gegen Gummersbach zu Hause am Samstag. Habt eine schöne Woche frei. Das ist genau das, was du nicht hast, Benno. Ihr seid auf jeden Fall nochmal mit Kjölze unterwegs. Du findest es gut. Eine Woche ist es ja nur auch nicht bis Samstag zum Gummersbach-Spiel von Göppingen. Stimmt, heute ist ja Montag. Naja, für Göppingen ist es schon ein anderes Programm, weil sie sind dann auch gewohnt, wenn jetzt keine Pokalwochen sind ohne International, eigentlich sieben Tage dazwischen zu haben. Und das ist dann schon enger getaktet, auch mit dem Kader. Also Ben hat das wieder ein bisschen schmal geredet, aber ein Ausfall von Josep Sarac von Göppingen, das bedeutet schon was. Okay, also und da kann man was hoffen, dass er schnell zurückkommt. Aber ich finde auch im Rahmen der Möglichkeiten, wie sie es hier gemacht haben, hat man es große Zeiten fast gar nicht gemerkt. Auch wenn dieser Spieler eine außergewöhnliche Wichtigkeit für sie, ja, vielleicht sogar, nee, das will jetzt Ben nicht hören, das sage ich nicht, deswegen Schluss. Wenn wir könnten, wir müssen es rausschneiden aus der Pressekonferenz und das ist live. Dann halt am Donnerstag, Benno hat es angekündigt, da gibt es einen kleinen Denkfehler im Spielerinterview, natürlich zu Hause. Ein paar Karten gibt es noch und es wäre wirklich toll, wenn am Donnerstag, trotz der späten Anwurfzeit, hier einfach wir die Halle komplett voll haben. Das wird ein Handballfest, da kommt Kielze, da treffen zwei Handballmächte aufeinander. Da ist anzunehmen, dass auch sehr viele polnische Fans kommen und da brauchen wir hier jede grün-rote Seele. Da brauche ich Benno jetzt nicht nachfragen, da wird er einfach nur ein Ausrufezeichen hintersetzen, Samstag dann schon in Flensburg. Es ist ein ganz schönes Handballprogramm für den SCM, aber das kennen die Jungs mittlerweile seit Jahren. Ich danke euch beiden, das war sehr schön. Ihr improvisiert so geil, dass wir bestimmt irgendwann zu dritt als Hip-Hopper mal auftreten können als Band. Ich würde euch direkt fragen, wenn es mal so weit ist. Euch sage ich nur der SC Magdeburg und danke für die gute Stimmung.